Das ist Thomas. Thomas ist von seinem Autohersteller betrogen worden. Thomas darf mit seinem Dieselauto bald nicht mehr in die Innenstadt fahren und sein Auto ist weniger wert. Doch Thomas ist klug und holt sich jetzt mithilfe von finarecht.de sein Geld zurück. finarecht.de hilft Menschen wie Thomas, gemeinsam mit spezialisierten Rechtsanwälten den Autokauf zu widerrufen. Nach erfolgreichem Widerruf erhält Thomas fast den gesamten Kaufpreis zurück und zwar ganz ohne eigene Kosten oder Risiko. Wie funktioniert das? Die Banken haben in ihren Kredit- und Leasingverträgen oftmals schwere Fehler zu ihren Ungunsten eingebaut. Daher können sie den Vertrag genau wie Thomas jetzt wieder rufen. Und das sogar, wenn der Vertrag schon beendet ist. Was haben Sie davon? Sie erhalten oft den gesamten Kaufpreis zurück. Darunter fallen alle getätigten Ausgaben, von der Anzahlung bis hin zu gezahlten Raten inklusive Zinsen und Gebühren. Das Geld gehört dann Ihnen und Sie können damit machen, was Sie wollen. Und was müssen Sie dafür tun? Ihr Kauf- oder Leasingvertrag muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit ein Widerruf in Frage kommt. Wir vermitteln Sie an eine spezialisierte Partnerkanzlei, die Ihre Unterlagen kostenlos und unverbindlich prüft. Der Widerruf ist für Sie in jedem Fall kostenlos, da alle Kosten von Ihrer Rechtsschutzversicherung bezahlt werden. Worauf warten Sie noch? Holen Sie sich jetzt Ihr Geld zurück! Füllen Sie jetzt das Formular aus, um die kostenfreie und unverbindliche Überprüfung Ihrer Unterlagen von spezialisierten Rechtsanwälten anzufordern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017